Endlich ist Caitlyn Jenner eine ganze Frau. Das TV-Sternchen hat die entscheidende geschlechtsangleichende Operation durchgeführt. Das verrät die transsexuelle Caitlyn jetzt in ihrem neuen Buch The Secrets of My Life. Darin schreibt die 67-Jährige, Die Operation war ein Erfolg und ich fühle mich nicht nur wundervoll, sondern auch befreit. Es ist doch nur ein Penis. Er hat keine besonderen Fähigkeiten oder einen Nutzen für mich. Außer, wie ich schon vorher gesagt habe, dass ich im Wald pinkeln kann. Zum ersten Mal in meinem Leben lebe ich authentisch. Ich habe endlich eine Begeisterung für mein Leben, die ich die 39 Jahre nach den Olympischen Spielen nicht hatte. Fast zwei Drittel meines Lebens. Caitlyn Jenner kommt 1949 als Bruce Jenner auf die Welt. Im Jahr 2015 platzt dann die Bombe. Sie ist transsexuell. Im Laufe der Zeit verändert sich immer mehr ihr Äußeres. Jetzt ist die Umwandlung vollendet. Vorerst ist Schluss mit der Offenheit. Caitlyn will sich künftig nicht mehr zu ihrem neuen Geschlecht äußern müssen. Dieses Kapitel ist für sie abgehakt.